Hallo, hier ist euer eSportsLP und ich habe einen Gastgeber, ein QUANTO PRO. Und wir sind bei einer auf die Dächern angekommen, wie beim letzten Mal, ja. Nach unserer glanzvollen Kaffeemaschinenaktion und Fensteraktion von QUANTO sind wir jetzt auf die Dächern und ja, ich warte eigentlich noch auf... Da ist er. Ja, so, hallo, tschuldigung, ich habe Isaac gewartet, nebenbei. Isaac. Hast du Isaac? Isaac, was du spielst so viel Dead Space, oder? Ja. So, was hast du da für eine Waffel? Hast du eine Farmers ausgesucht? Ich habe keine Ahnung, ich will keine Farmers, ich will einen Raketenwerfer oder sowas. Ja, aber nicht mit einer Pistole hier rumlaufen. Warte. Halten, halten. Hey, Shotgun. Hier, hier, hier. Winkst du? Wem? Okay, geht los? Okay. Okay, los geht's. Phantom ist da. Ich bin da. Ich gehe voraus, ich habe alles. Okay, mach Wartenschüsse und so. Warte, wir müssen hier 56 Meter... Wie soll man da hochkommen? Hier ist Leiter. Ja, vielleicht die Leiter, okay. Wir nehmen die Leiter, wir nehmen die Leiter. Ja, hier ist gesaved. Moment, das war der falsche Knopf. Er kommt schwer runter. Ja, warte, warte, warte. Leiter beschäftigt, was heißt das? Moment. Ja, komm da. Guck dich erst. Ja, es tut mir leid, ich bin hier wieder der absolute Profi. Ja, pack ich. Lagt aber sicher. So, komm. Position, halt, bleibt hier. Zu mir. Ja, ja, komm. Bleibt hier. So. Ähm. Hier, weiß ich, wo willst du hin? Ja, ne, ich bin hinter dir. Okay, hier ist einer. Zack. Okay, gut. Dankeschön. Ich habe keinen Helm auf, so wie du sehe ich gerade. Ich habe nur eine Mütze auf. Habe ich einen Helm auf? Ja, du hast einen Helm auf. Gut. Du machst einen auf oberwichtig. Ja. Die mit Helm sind eine Stufe höher. Okay, du mal, was da los ist. Da ist nichts los. Ja, es ist nichts los. Ja, es ist nichts los. Ein Schatz. Ein Schatz los. Weltklasse. Ja, komm, warte. Komm, 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 komm. 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 Oh, oh, oh. Okay, die müssen uns holen, komm. Schießen, einfach schießen, einfach reinhalten da. Schieß einfach. Warte, ja, komm. Hol sie dir. Jawoll. Ich habe mindestens einen habe ich recht. Ja, das ist doch gut. Das ist, das ist doch gut. Ja, schon. Von einem, einem. Ja, von einem, einem. Das ist einfach Prozent Run. Das ist. Total. Checkpoint erreicht. Yes, baby. Ja, das ist immer gut. Let's Checkpoint ist immer gut. Okay, pass auf. Pass auf, nicht da reinigen. Was? Pass auf. Das schreckt mich. Du musst da rein. Ja, nicht schon über mich ums Dach, okay? Kommt ihr nach Hause oder durch das Fenster hin? Du kannst da hinten rein, wenn du willst. Aufstellung. Okay, du brauchst die zwei Mann, oder? Du musst Bescheid sagen, wenn du's machst, ja. Ja, ich bin bereit. Lassen und säubern. So, rein da. Okay, ich geh jetzt aufs Dach, da oben ist nämlich noch einer. Pass auf, das sind Scharfschütze. Das weiß ich, weil ich das schon mal, ähm... Ich muss dazu sagen, ich hab mich vorgespoiert, sondern ich hab einfach... Sehr schön. Wir zahlen dir gutes Geld, und du tauchst dir auf ohne die Ware? Das Zeug kann man nicht sagen. Ey, einer schießt auf mich, ja! Warte, ich komm schon wieder, ich bin ganz wein was. Du musst raus, du musst den ablenken draußen. Jetzt draußen, ich bin drinnen. Nee, da geht's irgendwo raus. Warte, das wette ich. War wohl doch nicht. Da geht's irgendwo raus. Da muss ich unten ne Tür sein. Scheiße. Ich bin raus. Okay. Ich geh runter. Du willst gar nicht wissen, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber okay. Den hab ich. Scharfschütze ist weg. Wo bist du? Ich hätte... Hoppala. Du bist Hoppala? Nee, nee, ich hätte ihn schon längst ausschalten können, aber ich hab mich... Versteckt. Äh, hinter ihm. Dann hat er mich gesehen. Ah, ich verste... Ich bin schon wieder tot. Achso, okay. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Oh. Wir schießen ja mit ganz bösem Material hier. Also wenn du einmal getroffen wirst, dann bist du eigentlich schon Adios hier, oder? Ja, Kopfschuss, ne? Das ist halt realistisch. Wenn du... Das kann daneben gehen, aber wenn du einen Headshot hast, hast du einen Headshot. Oh. Oh. Ärger. So, jetzt aber. Hast du dich geschafft? Hast du geholt? Ja, diesmal. Ich musste nur zweimal sterben dafür. Okay. Wo bist du? Hier. Na rein. Mach dich wieder alles kaputt. Ich bin drinne. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Wer war das mit der Granate? Das war ich. Bist du dritter? Vorsichtig, ja. Zurück zu mir. Okay, lass uns ein Stückchen vorgehen. Ah, du bist schon da hinten! Was denn? Er rennt. Er rennt. Ich glaube, dass ich die ganze Zeit auf dich schieße. Wer schießt denn hier? Ah, hier unten. Oh Gott. Ja. Jawoll, sehr schön. Dankeschön. Da schießt doch. Glaub ich. Hast du so ne AWP? oder was? Ah, gar klar, ich gehe heik im. Irgendwas anderes. Oh Gott. Ich bin verletzt. Hilf mir. Lebst du noch? Ich hab keine Ahnung, bin hier ganz allein. Bist du ausgestiegen aus dem Spiel? Nee, ich bin hier unten. also muss ich ja wo unten ich kenne mich ja überhaupt nicht aus ich bin noch immer in dem raum hier ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin etwas überfordert mit diesen faktischen die ganze warte 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 hast du hast ja noch zwei darüber geschickt oder wie ich verstehe die karte die granate hörst dann gehen wir rein was will ich machen warte blenden und säubern wie gerade hören ich hab was gehört so jetzt reiner das war optimal ich verstehe was er geholt ein habe ich habe ich habe ich habe ich sehe niemanden natürlich sehr klar ist gar keine ok warte 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 ich höre was ich höre was ich schaue 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 nicht interessiert mich nicht warum nicht nennen was ist dass ihr körper okay raven ja ist ja mal aufgefallen wenn du nachher abzeichnung christner die sieht man auf den schulterteilen auf den schulterteilen ja ja das sieht man tatsächlich ist das so ich werde auf jeden fall meine 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 mein typus werde ich immer kann man ja jederzeit ändern da verliert man keine speicherstände guck mal du kriegst du hier auf den schultern hier wenn du nachher hat man nachher ein abzeichen wenn du dann fertig bist und dann ja wenn du aufgestiegen ein bisschen eher an der rangliste oder so das geht ich gar nichts an wofür ich arbeite oder was eine lederhose kann man hier kaufen für das oktoberfest einsatz oder was okay okay ich bin bereit jetzt ist wichtig dass wir zusammenarbeiten wo ist der erledigt siehst du hier jemanden ich habe das schon erledigt alles klar wir müssen ja jetzt ganz fix runter oder und ist er noch du musst mir ab weg abgeben okay ich gehe runter und dann gebe ich dir rückendeckung da unten kommen gleich welche glaube ich jetzt versteck du dich ich muss ja töten ich muss ja töten ja schießt du mal oben auf dem dach ist ein scharfschütze wo ich sehe niemanden ich vertraue dir mal ja 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 okay jetzt müssen wir aufpassen auf die dächer kommt noch was garantiert ich bin mir fast sicher wir lassen wir nicht so kommt es ist ja aufpassen hier das ist die dächer sind echt schwer kopfschuss headshot auch der wirft granate munition knapp munition knapp ja ich gehe wie kann ich da was aufheben an munition ja du kannst die anderen waffen nehmen also es wäre natürlich auch eine option das kriegst du gar nicht mit so schnell bin ich ja du bist hier alter assassin auf rainbow six du bist schlimmer als jetzt du bist auch bald fertig mit 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 deinem projekt ja gott sei dank eine halbe stunde video war weltklasse das war weltklasse echt so hier einfach runter ja gott sei dank machst du jetzt es ist es ist es ist es ist kreativ 1 dann brauche ich das nicht spielen danach kommt auch zwei und danach kommt auch brotherhood machst du alles durch ja ich mache alle brauche ich erst mal pause brauche ich erst mal dann kann ich es bei dir schauen dann brauche ich es nicht spielen ok wenn meine grafik mal besser wird so was machen wir jetzt ich gehe mal hier rein ich habe nicht auslaufen also das ist keine gute idee glaube ich du bist eine kleine angsthause oder ja ich habe Angst ok pass auf ich laufe hier hinterher und du grenzt raus ok ok los warte warte rechts rechts verstanden ich informiere Laurence und melde mich wieder ok erledigt erledigt gut gut also da die wollen einen schießen das muss auch da wo 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 oh die haben einen schießen oh die haben unseren Mann erschossen die Schweine die Römer wie komme ich hier rüber gar nicht wir gehen hier oben rauf ah ja wieder mal die Leiter benutzen ok ja ok ich gehe jetzt einfach rein ok den habe ich da auch ok ganz reingekommen herkommen ja ich habe das schon mal also ich muss sagen ich habe die Welt schon mal gespielt aber nur als gegeneinander Modus und ähm naja kenne ich mich da ein bisschen aus aber story kenne ich noch gar nicht so hier pass auf ich markiere sie dir jetzt du kannst da hinten an der Tür raus warte 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 ich muss mich ich schicke die Jungs da hinten mal hin und hier sind jetzt echt ne Menge hier hier geht's ab jetzt quantum jetzt müssen wir Gas geben wir beide warte hier ist ne Leiche ne Leiche ach der ist ne uninteressanter Zivilist ok er hat erste Priorität ok ich bin bei den Jungs ok also auch dass du die Flash nicht reinguckst Blenden und säubern Tür geht auf warte ich seh das ja Tür geht auf Flash kommt ich geh auch zurück ok go 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 ich komm nicht rein oh gott so jetzt müssen wir aufpassen hier bie geht jetzt ab kann ich mich hier eigentlich gar nicht ducken alle das ist wir gleich da runter wir müssen da runter kommen hast du smoke granaten ich habe sicher irgendwas ja also ich kann bei mir wenn ich lange drauf drücke ich musste alles mal voll der schickt jungs zuerst okay jetzt habe ich automatisch geworfen mit schuldigung ich wollte auf ihrem bleiben aber war nicht so ganz okay das ist anstrengend wir schaffen das konnte wir schaffen dass wir mal ein drink hier bestellen was hast du jetzt als projekt crisis 2 habe ich gesehen und auch so cold 4 cold 4 weltklasse spiel ich glaube das ist zeitgleich mit resident evil 4 rauskommen oder ja ich finde es eben viel allerdings nicht gut ich finde ich kopf hier wesentlich besser als resident evil 4 was nicht resident evil 4 war schon gut fand ich nein überhaupt nicht als 1 bis 3 fand ich weg dass er aber hier kannst du richtig mit leon tolle kloppen das spiel alle fünf und vier finde ich richtig schlecht ja resident evil 5 ist ja auch kein resident evil teil mehr das ist kacke aber ich habe vier auf der wii habe ich gespielt die steuerung war schon witzig ja okay das sind ja auch zwei verschiedene also was aber sagen ja ja das ist resident evil 4 auf der wii oder was du hast da ist nicht dasselbe das ist wie mit code veronica weisse das kann damals sega code veronica und da gab es das also das war der dreamcast damals der so genannte ich hätte angeschossen aber auch zu schießen wo bist du überhaupt aber ja ich habe mich hier umgesehen tschuldigung ja kann man unterwegs bitte und tatsächlich war es dann so auch so jetzt muss man aufpassen ich schweb da mal eine granate in den nächsten moden sehr schön quantum sehr schön holen sie dir äh ich mache eigentlich gar nichts genau ich habe eine granate habe ich gewonnen ja du hast eine granate gewonnen sehr schön die hast mir gerade den arsch gerettet oh quantum der räumt dir alles ab da lass mir was übrig quantum wo bist du ich mache ja ich mache hier die drecksarbeit ich mache ja ich mache hier die drecksarbeit ist hier noch einer du hast mir alle weggenommen warte ich guck jetzt mal ich musste mal gucken hier kann man irgendwie auf top hast du nicht ich kann eigentlich gar nicht irgendwo sehen wie man das jetzt geht ab jetzt müssen wir jetzt müssen zusammenspielen wieder checkpoint baby ja checkpoint akt 2 die garage ja aber nochmal auf resident evil zurückkommen das ist ein interessantes thema weil wir sind ja jetzt fand ich ja war war aber ich weiß nicht wie oft durchgespielt also das ist ein meilenstein der spielgeschichte da aber glaube ich braucht man nicht diskutieren also ich finde ja auf gar keinen fall also resident evil 1 und das herrenhaus und äh menemsis und so das war echt das war gute spiele also ich weiß noch her das herrenhaus ich weiß nicht ob du dich an die situation erinnern kannst ähm wo diese hunde durch das fenster gesprungen kommen ja ich habe mich so erschrocken und ich war gerade mal scheiße zwölf Jahre alt oder so eine Gruppe Tango okay eine Gruppe Tango ich glaube wir müssen ein bisschen wieder ball an ähm ja das war echt schon aber ich würde ich würde gerne das ich bin dort oder ne ich bin blind versteck dich irgendwo ich bin blind ich helfe dir hier aber ich würde gerne das das ist ein Remake ist auch wenn das so ja ja auch auf dem GameCube war das ja ja es kann sein das würde mich auch interessieren also das das hätte ich auch Lust zu gerade keine Frage das ist noch besser glaube ich das ist der beste beste Teil m das kann sein da möchte ich dich auch ehrlich ähm ja oder weil das ist glaube ich wirklich das könnte sein das ist echt nochmal das ist nur der Teil wird ne ja okay pass auf ich hole die Flak da hinten und du musst willst oh ne ich bin flash down warte warte voll flash völlig flash so ich hab den da von der Flak weg geholt jetzt kannst du rüberkommen zu mir den hab ich auch down die komm nicht weg irgendwer steht mir im Weg okay ich helfe dir ich gebe dir weg aber ich komme von der Seite so down Charlie Delta Bravo Gamma down so kommst du mit ich schleiche wie kannst du schleichen ich kann mich nicht schleichen mit C mit C kann ich das hier was ist denn das für ein Dreck mit C warum nicht auf STRG ja das ist ähm ja dafür hab ich ähm nigga ich war ja das ist halt ja ich kenn das auch STRG und jetzt geht's ab pass auf da drinnen ist glaube ich einer ja einer ist kein Problem macht euch bereit durchladen erholen die er da hast ihn eh ist erledigt einer war drinnen ok es kommen gleich noch welche muss man aufpassen